Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Wir müssen der Sache schnell auf den Grund gehen. Sie brauchen eine Traumextraktion. Den stecken Sie in den Mund und den in Ihren Hintern. Okay, ist drin. Sekunde, tut mir leid, den hier in den Mund und den anderen in den Hintern. Wie erkenne ich eine Hexe? Ganz einfach, wer will Ihnen schaden? Yo! Was liegt an? Zeit für Ballett! Ein Hälseer sagt, eine Hexe will mich töten. Es gibt immer eine Ballerina, die ohne Rampenlicht nicht leben kann. Ich habe noch den Schwan getanzt, als ich mit ihr schwanger war. Das ist doch kein Ballett! Scheiße, auf keinen Fall! Ich habe einen Überwachungsfilm vom alten Eigentümer gefunden. Vielleicht finden wir da die Antwort. Hast du das gehört? Ich habe Angst. Lindsay, Süße, du brauchst von nichts Angst zu haben. Ich habe schon Schlimmeres weggesteckt.